Hey Leute, willkommen zu Neuenfuck. Heute stellen wir den Line Games Line Crafter vor und sein geschnittenes Video ist gerade rausgekommen. Dann gucken wir es mal. Oh mein Gott, ich bin gerade von der Schule gekommen, hab was gegessen, schau auf mein Handy und sehe damit, dass ich die 40 Abos geknackt habe. Ich habe das 40 Abos, weil ich bin schon am Wochenende geschnitten. Aber Leute, es ist einfach so legendär. Ich habe einfach die 40 Abos gemacht. Ich habe mir echt so viel Mühe bei diesem Special gegeben. Ich hoffe, ihr habt richtig viel Spaß und vielen, vielen Dank an die 40 Abonnenten. Und ja, dann viel Spaß mit dem Video. Bis dann. Boah, lass mich ja nicht. Da bin ich auch drin, weil ich habe gesagt, er macht doch Videos über mich, wie ich ausraste. Und hat er gemacht. Oh mein Gott, wenn wir wieder Wado machen, das bin ich gerade, der hier gerade spielt. Scheiße, die sind vorgespult. Wenn wir wieder Wado machen, dann kann ich hier, darfst du rein. Hallo? Ich will da auch rein. Hau mich, ich will auch rein. Lass mich rein. Bitte, keine Maximalplayer. In dieses China-Map, das ist die, das hier ist voll geil. Ich werde alle wacken. Ich mag diese verdammten Zeilen. Was ist das? Ich mache die Scheiß-Trofe auf. Alles klar, alles klar, alles klar. Der W-Lon fand mir zu schlecht und dann konnte ich nicht aufnehmen. Er sprungt. Ich habe nicht mal einen Sprung gemacht. Da stand er gerade, guck an. Da, guck mal, dieser kleine Schabrine. Das habe ich genau gesehen, was er gemacht hat. Das habe ich genau gesehen. Der wollte sie auch hochbauen und dann mich abschießen. Dieser kleine Penner, ne? Das habe ich schon gesehen, alle. Oh, ich kann nicht runterschießen. Bungs, also. Ich kann einen Bock auf Kissen suchen. Ja! Der richtige Elke, Mann. Alter, ich habe ihn angeschossen. Der ist nicht runtergefallen. Verarschung. Dann. Ich habe ihn. Ich wollte gerade runterspringen. Kissen, Kissen, Kissen. Kissen, Kissen. Was ist da drin? Oh, shit, oh, shit. Oh, shit, oh, ich habe ihn gesehen. Dieser kleine Faker. Hier, da unten ist er. Kleine Schwabiner. Das ist Lachen. Ich muss ersterben. Bam, getrackt, M***. Yo, Leute, was geht ab? Das war der Zeige von den Katzen in meiner 40-Abo-Special. Ich habe ein paar lustige Fails, muss von dem zusammenkennen. Das war... Was ist da gelabert? Das war der Zeige von den Katzen in meiner 40-Abo-Special. Ich habe ein paar lustige Fails, muss von ihm zusammenkennen. Das war alles lustig. Aber jetzt kommt der. Von mir komplett zerstört und in 7 Reds. Ich werde da versuchen, noch was ums zu gucken, wenn er seine meisten Videos gelöscht hat. Und auch keine mehr produziert, weil ich ihn halt zerstört habe. Und ja, es geht los. Ja, wir haben auch heute den Levy-Mod am Start. Denn der liebe Linecraft 7 ist in der Beschreibung. Auf jeden Fall richtig nice gemacht vom Levy-Studio. Auf jeden Fall Respekt an dich. Man spielt so gesagt in der 1.9-Animation. Okay, Leute, das war es auch mit diesem Video. Wenn euch das gefallen hat, dann like. Und abonniert Line Games, Line Crafter. Und abonniert mich. Und abonniert Selina. Und dann sage ich ciao. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Line.